We want to play hallo Hallo, 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 hallo Was klebst du deinem hallo, Alter? Halt, hallo, hallo, hallo Oh, das war cool Ich geh jetzt auf, ich geh das Game auf Hallo, 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 hallo Jedes mal einen kurzen Trink mit dem klebst du hallo, als du sagst DPS, hallo Alter, ich hab recht, ich geh das Oh, da war mal paletriert Nee, du hast links-links gesperrt Oh, Mann Leute, ich werd nur getroffen hier Alter, ich bin nur Opfer Alter Können wir bitte einmal Cremis runterhauen? Dankeschön Versuche ich gerade, aber guck mal, was er macht Ah, geht doch Alter, ich geh nicht gut zu trennen, ja? Leute, äh Hä, warum ging ich? Ich hab nur ein Leben Nein, nein, nein Nein, nein, nein So, tschüss Hallo, 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 hallo Was? Nein Ja, Leute, was soll das nicht? Alter Oh, da ist eigentlich der laufende Baum da Oh, da ist eigentlich der laufende Baum da Hält nicht! KLEMEN Das ist der tote Baum Hallo, wieso kann ich die Schatz in der Luft erlassen? Alter Ja, als wenn ich Leben trinken sollte Nein Alter Alter! Warum nimmt er die Waffe denn? Ich stehe einfach als er dort ins Linkszug und er nimmt die verfickte Waffe! Kein Klebe! Da, die Rache! Alles gut! Der Wolf! Die Motorsäge! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Motorsäge! Oh! Wuff! Oh! 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 Ist ne Lüge! Oh! Warte auf die Waffe, Jakob! Letzt mich bitte! Danke! Ich kenne mich die beste Technik! Hallo! In Ruhe lassen! Hab ich gesagt! Der Hammer ist egal! So schön war der Bulgarien ausgetauscht! Oh! Ja! Verabre! Äh! Ich lebe vielleicht nach unten! Ich lebe nicht! Es ist gewonnen! Oh! Oh! Ich lebe! Was?! Ehehe Der Hammer... Waaaaaah Iiihihi 3, Alter Oh, das war richtig... Ne Bombe Alter, ja, kommt, dreht dir aber den Spiel immer um, weißt du? Uhhh Alter Noch vor 100 Jahren benötigten mehrere Männer einige Stunden, um einen ausgewachsenen Baum zu fällen, eine mühsame und gefährliche Arbeit Oh, die Motorsäge Heute ist es eine Frage von wenigen Minuten Baum fällt